Das ist ja so mein großes Ziel für Planet Zoo, ja, ich möchte unbedingt einen Zoo machen, in dem es nur Bärenarten gibt, ja, einen kompletten Bärenzoo. Moin sind und herzlich willkommen zur ersten Folge zu meinem am heißesten erwarteten Spiel des Jahres und es ist natürlich, wie könnte es auch anders sein, Planet Zoo. Das Spiel war auf der Gamescom bereits anspielbar, sowohl im Public Bereich, im öffentlich zugänglichen Bereich, als auch Behind Closed Doors und natürlich konnte man Behind Closed Doors ein bisschen einen näheren Blick auf das Spiel und seine Mechanismen werfen und das habe ich auch getan bei Frontier Development. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank und ich würde sagen, wir steigen hier direkt ein in das Spiel und wir sehen hier jetzt schon den ersten Zoo, also so ein paar Eindrücke von unserem Zoo, da könnt ihr schon mal so ein bisschen die wunderschöne Grafik bewundern. Und ich muss wirklich sagen, grafisch hat sich da im Vergleich zu Planet Coaster und Jurassic World auch nochmal ein bisschen was getan, wie schön diese Oberflächen aussehen, das Glas und so, das muss ich wirklich mal sagen, ist richtig gut. Und vor allem in diesem Maßstab halt, ja, in diesem Simulationsaufbauspielmaßstab ist das schon eine ziemlich feine Sache, sieht richtig schön aus. Und alles, was ihr hier seht, ist aus einzelnen Teilen zusammengebaut, denn genau wie in Planet Coaster könnt ihr nämlich die Gebäude aus einzelnen Segmenten und Gestaltungselementen selbst zusammenbauen. Das ist natürlich richtig cool und für mich auf jeden Fall ein deutlicher Pluspunkt gegenüber Jurassic World, denn das war ja schon ein bisschen eingeschränkt in seinen Gestaltungsmöglichkeiten. Planet Zoo wird da wieder andere Wege einschlagen, das finde ich richtig gut. Und hier sehen wir jetzt auch das erste Tier in seinem Gehege, die Pronghorn Antelope oder auch der Gabelbock auf Deutsch. Das Tier ist so vom Äußeren, den afrikanischen Antilopen ähnlich, aber gehört tatsächlich nicht zur selben Familie. Und hier sehen wir jetzt auch, wie sie mit ihrem Spielzeug spielt, das ist so niedlich, wir können die Kameraperspektive auch auf das Tier fokussieren, damit wir das besser sehen können. Das Tier hat richtig Fell, also das wird richtig dargestellt von der Engine. Das ist toll, das haben wirklich alle Tiere ein Fellsystem, das sieht richtig, richtig, richtig gut ausfindig, gerade wenn man die Tiere auch so von Nahen betrachtet. Aber natürlich sind diese Gabelböcke nicht die einzigen Tiere in unserem Zoo und ich muss da jetzt unbedingt mal was aufklären. Haben wir hier in unserem Starter Zoo, der übrigens schon vorher existiert, den habe ich jetzt nicht irgendwie selbst zusammengebaut, das ist für Demo-Zwecke schon mir quasi präsentiert worden. Haben wir in diesem Zoo meine Lieblingstiere, die Bären. Haben wir hier welche? Das seht ihr vielleicht hier? Ja, ja, hier sind Bären, der absolute Wahnsinn. Das ist ja so mein großes Ziel für Planet Zoo, ja. Ich möchte unbedingt einen Zoo machen, in dem es nur Bärenarten gibt, ja, einen kompletten Bären-Zoo. Das ist so mein Traum. Planet Zoo erscheint ja am 5. November und da wird auf jeden Fall auch mein Let's Play dazu starten, davon könnt ihr sowas schon ausgehen. Und dann werde ich auf jeden Fall versuchen, einen Bären-Zoo aufzubauen mit ganz vielen Bärenarten. Waschbären, Braunbären, Schwarzbären, Eisbären, Gummibären, alle, alle möglichen Bärenarten werden in einem Zoo von mir untergebracht. Das wird so toll, der absolute Wahnsinn. Und ihr seht jetzt hier auch in den Wänden dieser Höhle, dass dort so Ventilatoren angebracht sind. Und die verändern quasi für die Bären das Klima, weil wir sind ja hier eher in so einem Savannen-artigen Klima. Und da muss natürlich die Umgebungstemperatur für die Bären angepasst werden, damit die sich da wohlfühlen, weil die wollen niedrigere Temperaturen haben. Und das kann man mit solchen Einrichtungen gewährleisten. Das ist übrigens auch der Grund, warum in dem Gehege selber Schnee liegt. Obwohl das ja eigentlich nicht zu dem Klima hier passt. Und wir sehen jetzt, oh, der Bär, der ist da hingerannt zu seinem Spielzeug. Und ich glaube, ja, ja, der macht da jetzt was damit. Aha, schön, wie er sich schubbert da an dem Schubberspielzeug. Herrlich. Also man muss auch mal sagen, das ist ja ein Verhalten, das Bären in der Realität im Wald auch machen. Die schubbern sich so an Bäumen tatsächlich. Und man hat ja für Planet Zoo auch mit wirklichen Tierexperten das Spiel gemeinsam entwickelt, damit diese Verhaltensweisen der Tiere halt auch zur Geltung kommen im Spiel. Also die Tiere stehen wirklich im Mittelpunkt im Spiel und man hat sich wirklich größte Mühe gegeben, die auch akkurat umzusetzen. Wurde mir versichert. Das Ganze hier ist natürlich Alpha-Footage. Das heißt, das ist hier alles noch nicht final. Es kann ab und zu mal sein, dass die Tiere komische Sachen machen. Hier hat der Bär gerade so ein bisschen am Schnee geleckt, obwohl er eigentlich aus der Wasserquelle trinken sollte. Das liegt natürlich hier an diesem frühen Zustand, in dem sich das Spiel jetzt momentan noch befindet. Und bis zum 5. November ist ja noch ein bisschen Zeit, das zu fixen. Ach, ist das schön, wie er da durch den Schnee stapft und sich wohlfühlt. Das ist so richtig nice. Und die Gehegegestaltung ist halt auch ziemlich nice. Ihr seht ja, dass da für die Besucher so Glaswände aufgestellt sind. Da gibt es tatsächlich verschiedene Varianten von diesem Glas. Einmal Glas, das von beiden Seiten aus durchsichtig ist. Und Glas, das nur von einer Seite durchsichtig ist. Manche Tiere brauchen tatsächlich Glas, das nur von einer Seite, also von der Besucherseite durchsichtig ist. Weil sie sonst, wenn sie die Besucher sehen, zu sehr in Panik geraten und sich dann vom Glas fernhalten. Und dann die Besucher natürlich die Tiere nicht sehen können. Und da muss man zum Beispiel auch drauf achten, auf solche Sachen. Das ist richtig nice. Ja, ihr seht ja auch in dem Gehege von den Bären sind halt verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere auch untergebracht. Dieses Holzgerät hier ist zum Beispiel ein spezieller Futterspender. Da müssen die Tiere selber aktiv werden, um das Futter zu bekommen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass die Tiere nicht nur einfach so zu einer Futterstelle laufen und sich einfach nur vollfressen. Sondern die müssen dafür dann auch was tun. So ist das übrigens in richtigen Zoos und Tierparks tatsächlich auch. Da werden bestimmte Möglichkeiten geschaffen, damit die Tiere mit dem Futter auch interagieren können und sich nicht einfach nur vollfressen und passiv sind, sondern dass sie aktiv sein müssen. Das ist auch cool, dass darauf geachtet wurde. Da man auf so viele Dinge in Bezug auf das Wohlbefinden der Tiere achten muss, gibt es natürlich auch entsprechend Übersichtskarten, die einem so ein paar Informationen über die Gehege und den Zoo im Allgemeinen geben. Hier sehen wir zum Beispiel die Temperatur. Damit ist wirklich die Umgebungstemperatur gemeint. Und wir sehen halt auch, um diese Ventilatoren drumherum im Bärengehege ist die Temperatur deutlich kälter. Also dieses Blaue, das ist kalt, ja. Und drumherum sehen wir halt in unserem Savannengebiet, wo wir uns aufgebaut haben, ist die Temperatur halt eher hoch und geht eher in den hohen Bereich. Das ist ganz wichtig. Man muss für die Tiere entsprechend die Temperatur berücksichtigen. So, machen wir das mal aus. Irgendwas stimmt hier nämlich im Zoo nicht. Ich habe nämlich vorhin schon am Anfang gesehen, wie die Gäste durch die Gegend gerannt sind. Und oh, da haben wir ein Tier, das geflohen ist. Was ist denn da los? Das ist ein Nashorn oder sowas? Hm, das ist ja wie in Jurassic World. Die Tiere können also auch ausreisen. Im Gegensatz zu Jurassic World machen sie das aber nicht nur, wenn ihr Wohlbefinden sinkt, sondern tatsächlich, sobald sich eine Gelegenheit zum Ausbruch bietet. So ist es zum Beispiel so, dass Affen über Bäume entkommen können, wenn sich im Gehege nur genug Bäume befinden, die hoch genug sind, dass die Affen über die Gehegemauern klettern können zum Beispiel. Also da muss man wirklich noch deutlich mehr aufpassen, dass einem die Tiere nicht ausbüchsen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich immer so viele Vergleiche zu Jurassic World Evolution und Planet Coaster ziehe, das Spiel Planet Zoo ist vom gleichen Entwickler von Frontier Development. Deswegen bieten sich da Vergleiche natürlich an, denn ein paar Elemente sind halt wie gesagt aus beiden Spielen auch enthalten. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Zäune und die kann ich natürlich auch wieder reparieren. Da ist das Rhino anscheinend ausgebüxt an der Stelle. Das müssen wir jetzt natürlich erstmal wieder reparieren, so ein bisschen wie in Jurassic World und dann das Tier wieder ins Gehege zurückführen. Und wie auch schon in Planet Coaster oder auch Jurassic World habe ich natürlich verschiedene Arten von Zäunen, die hier in Planet Zoo aber tatsächlich auch für verschiedene Tierarten besser oder schlechter geeignet sind. Wenn ich das Rhino jetzt wieder einfangen möchte, muss ich entsprechend über den Angestellten-Tab einen Veterinär einstellen, der das Tier dann entsprechend betäuben kann, damit ich das Tier dann wieder in das Gehege transportieren kann. Das erinnert so ein bisschen an Jurassic World, funktioniert hier aber ein bisschen anders. Die machen das ganz automatisch. Da muss ich nicht erst noch einen Auftrag erteilen, bevor der Veterinär das Tier betäubt. Und sobald ein Tier ausbricht, geht der Veterinär zum Tier und versucht das dann wieder zu betäuben und dann entsprechend wieder zurückzuführen. Wusch! Mit so einem Zerwusch passiert das dann. Da wird dann das Rhino in so eine kleine Kiste gepackt und dann platzt die Kiste und das Rhino ist wieder da. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Natürlich ist da auch ein bisschen ein kleiner Comic-Faktor dabei. Das Spiel ist jetzt keine absolut wahnsinnig realistische Abbildung der Realität. Von den Tieren jetzt mal abgesehen, die Tiere sind schon recht realistisch umgesetzt, aber so kleine Aktionen mit dem Steff und so, die sind eher so an Planet Coaster orientiert, was ein bisschen mehr so Slapstick mäßig ist. Das sind hier jetzt übrigens Stromzäune, hinter denen das Rhino steht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten Zäune und auch für die Besucher und für die Tiere haben verschiedene Arten von Zäunen verschiedene Auswirkungen. Manche Zäune machen es zum Beispiel auch den Besuchern leichter, die Tiere zu erreichen. Man muss dann dafür sorgen, dass die Besucher über die Tiere quasi auch ein bisschen aufgeklärt werden, damit die Besucher sich den Tieren gegenüber entsprechend verhalten und nicht irgendwelchen Schindluder treiben. Das ist auch ganz wichtig. Die Besucher können sich auch negativ auf die Tiere auswirken und da muss man mit entsprechenden Bildungsmaßnahmen gegenwirken. Das ist ein ziemlich cooles System, dass es da diese Wechselwirkungen gibt zwischen Tiere, Beobachtung und Besucher. Das ist richtig cool, dass auch daran gedacht wurde, denn das ist auch ein Problem von Zoos, dass Zoos haben, dass Besucher sich nicht angemessen verhalten, weil sie einfach, ja, dumm sind. Da wollte man mir gegenüber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, was Besucher alles anstellen können, aber ich meine, wir sehen da Mülleimer, ja, und wir sehen, dass es ein Müllsystem gibt, das so ähnlich funktioniert wie im Planet Coaster. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, das ist jetzt meine persönliche Vorstellung, das habe ich nicht selber gesehen oder ausprobieren können, aber dass Besucher dann auch einfach ihren Müll in ein Gehege reinwerfen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich auch so im Spiel passiert, aber ja, das ist eine Sache, die dumme Leute gerne mal machen, einfach irgendwas ins Gehege werfen, mal gucken, ob es die Tiere fressen. So, jetzt haben wir hier ein anderes Gehege und wir sehen, da ist einfach mal nur eine Wasserfläche, was ist denn da für ein Tier drin? Das sieht ja aus wie ein Krokodil, hm, aber das Wasser ist ein bisschen trübe, was ist denn da los? Das kann man ja gar nicht richtig sehen. Bei so einem trüben Wasser kann man das Tier überhaupt nicht richtig beobachten, da müssen wir irgendwas tun auf jeden Fall, denn auch die Wasserqualität wirkt sich auf die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Tiere im Gehege aus. Das heißt, dafür muss man dann entsprechend auch Sorge tragen und dafür gibt es natürlich dann auch Einrichtungen, die man bauen und platzieren kann. Wenn wir jetzt hier rechts mal gucken im Wohlbefinden-Tab von unserem Ganges-Gavial, dann sehen wir hier beim Habitat, dass da nur 50% Qualität angezeigt wird. Da fehlt offensichtlich was und wenn wir das mal genauer aufklappen unter Habitat, dann sehen wir, dass die Sauberkeit im Gehege nicht so gut ist. Die Sauberkeit fasst quasi diese ganzen Aspekte des Geheges zusammen, zum Beispiel auch die Menge an Kot, die im Gehege liegt oder eben die Wasserqualität. Ja, wie sauber ist das Wasser? Das ist ganz wichtig. Wenn wir da mal unter Cleaniness ein Rollover mit der Maus machen, wird nochmal so eine Zusatzinfo angezeigt und da wird dann angezeigt, dass das Wasser gesäubert werden muss. Das heißt, wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass wir das Wasser reinigen, während hier das Tier gerade am Fressen ist. Das ist auch immer sehr schön. Jedes Tier hat auch immer so eine andere Art, wie es gefüttert werden kann und will und so. Das ist schon echt nice. Da habe ich mich schon mehrfach dabei erwischt, wie ich einfach nur den Tieren zugucke und die Aufgabe eigentlich völlig vergesse. Genau, dann machen wir mal das Planet Coaster mäßige Baumenü hier auf und dann navigieren wir uns mal zum Utilities Tab, also quasi so Wartungseinrichtungen und da finden wir für einen Preis von 2000, ist es glaube ich 2000 Dollar, die Wasseraufbereitungsanlage. Und die müssen wir jetzt natürlich so platzieren, dass sie zum einen außerhalb des Geheges steht, solche Utility Gebäude können nicht im Gehege sein und dass deren Radius quasi diesen Wasserpool, diesen schmutzigen mit einschließt, aber auch noch so, dass sie am Stromnetz mit angeschlossen ist. Dieses System funktioniert halt mit Radien, also das Stromnetz hat dann einen Radius oder eine stromproduzierende Anlage oder so eine Wasseraufbereitungsanlage hat einen bestimmten Radius und in diesem Radius wirken diese Gebäude dann, da wird dann Strom versorgt, wenn man da was platziert oder es wird halt Wasser gereinigt, wenn sich Wasser im Radius befindet und so. Damit die Mitarbeiter diese Utility Gebäude erreichen können für Wartungsarbeiten, müssen wir das Ganze natürlich auch noch mit der Straße, mit dem Wegesystem verbinden, das ist ein bisschen wie in Planet Coaster auch, da musste auch jedes Gebäude, was irgendwie Wartung bedarf, mit dem Wegesystem verbunden sein, damit Mitarbeiter dort eben hingehen können, um das zu warten, ist also im Grunde eigentlich dasselbe System. So, wir haben es geschafft, das Wasser befindet sich im Radius der Aufbereitungsanlage und wir sehen jetzt auch, das ist jetzt nicht mehr rot gefärbt oben in der Map, sondern das ist jetzt blau gefärbt und das heißt, das Wasser ist sauber, sieht man auch oben nochmal an der Anzeige, da sieht man die Wasserqualität und wir sehen, da haben wir noch andere Wasserflächen, die auch noch ein bisschen ein Problem darstellen, aber das ist jetzt halt wie gesagt nur ein kurzer Anspielbesuch, deswegen habe ich da jetzt nicht alles gereinigt. Ja, wir haben uns jetzt hier auf diese Wasserfläche da beschränkt, damit wir auch noch ein bisschen was anderes schaffen hier. Werfen wir nochmal schnell einen Blick ins Gehege und ja, das sieht ganz gut aus, gehen wir auch mal unter Wasser mit der Kamera und das Wasser ist übrigens volumetrisch, ja, das wird wirklich volumetrisch dargestellt, das heißt, auch wenn das schmutziger wird und so, dann nimmt die Sicht langsam in der Entfernung ab, das ist ein ziemlich aufwendiges Simulationsverfahren, was da eingesetzt wurde, ein ziemlich aufwendiger, kann man das Shader nennen, grafisch hat das Spiel auch einiges zu bieten. Und wenn wir jetzt hier nochmal in die Habitatbewertung von unserem Tier reingucken, dann sehen wir, es sind jetzt 85% Bewertung, das bedeutet, die Mission haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen, ein bisschen was geht aber noch, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass wir dann noch ein bisschen die Bewertung auf 100% kriegen, denn wir sehen ja auch, die anderen Werte sind auch bei 100%, wie schaffen wir das jetzt, diese letzten paar Prozente daraus zu kitzeln? Dazu komme ich gleich, ich wollte jetzt hier mal noch ein bisschen durch den Tierpark, durch den Zoo ein bisschen durchschwenken, weil jetzt hier auch gerade Nacht ist und das ist auch ziemlich cool, wenn dann die Beleuchtung angeht, das war auch schon in Planet Coaster immer so ein bisschen so ein kleines Highlight, wenn dann die Sonne untergegangen ist und nur noch die künstliche Beleuchtung so richtig Licht bringt. Das erzeugt so eine richtig schöne Stimmung hier und die Grafik ist wie gesagt auch so gut, dass das echt super aussieht dann auch an der Stelle. Und wir sehen jetzt hier, wie die Besucher sich durch unseren Tierpark bei Nacht bewegen, das ist schon ziemlich cool. Und wir sehen hier jetzt auch eine Spendenbox, da können Besucher Geld spenden da lassen, wenn ihnen der Park besonders gut gefällt. Da muss man sich dann nicht nur durch Ticketverkäufe über Wasser halten und das heißt natürlich, je besser der Tierpark für die Besucher gebaut ist, desto höher fallen dann natürlich auch die Spendenbeträge aus. Hier sehen wir jetzt nochmal das Glas, das nur von einer Seite aus durchsichtig ist, weil diese Gazellen, die wir hier haben, relativ scheue Tiere sind, ist das nicht so gut, wenn die Gazellen die Besucher auch sehen können. Deswegen ist das Glas auf der einen Seite, wo die Gazellen sind, undurchsichtig und auf der Seite, wo die Besucher sind, können die Besucher dann die Gazellen sehen. Sonst würden die Gazellen sich immer von der Scheibe entfernen, wenn das nicht so wäre und die Besucher wären unzufrieden, weil sie dann die Tiere nicht so gut beobachten können. Und das Gehege, wie wir hier sehen können, scheint bei den Besuchern schon ziemlich beliebt zu sein. Da bilden sich schon direkt richtige Menschentrauben um diese Scheiben herum. Ganz nice ist das natürlich und wie schon gesagt, je besser ein Gehege bei den Besuchern ankommt, desto höher wird die Spendenbereitschaft bei den Besuchern. Und natürlich, wie sollte es anders sein, haben wir natürlich vor diesem Gehege auch eine Spendenbox platziert, damit die Besucher da ordentlich Geld reinwerfen können. Denn das brauchen wir ja auch dann letztendlich, um unsere Tiere zu versorgen und so. Hier in dieser Anspielversion ist Geld und so natürlich unlimitiert. Das seht ihr links unten, ja, da gibt es keine Beschränkung, weil das hier natürlich dem Ausprobieren dienen soll. Und da wollen wir uns natürlich nicht um Geld Gedanken machen. Aber natürlich, wenn das Spiel dann fertig ist und zum Beispiel auch dann der Karriere-Modus gespielt werden kann, dann wird es natürlich wichtig sein, über solche Quellen auch genug Geld einzunehmen, um eben den Zoo auch versorgen zu können. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt erstmal zurück zu der Problematik, dass wir ja immer noch die Bewertung ein bisschen nach oben kitzeln können bei den Gehegen für die Tiere. Und wir machen das jetzt hier mal bei den Gabelböcken. Da sehen wir nämlich auch, wenn wir da entsprechend in den Tab reingehen, dass das Habitat nicht so optimal ist. Ja, wir sehen, das ist gerade mal über 50 Prozent hier, die Bewertung. Das ist nicht so gut. Da können wir auf jeden Fall noch was machen. Und woran liegt es? Na, woran liegt es natürlich mal wieder? Es liegt wieder mal an der Sauberkeit. Und da können wir jetzt, um das zu beheben, hier einen Tierpfleger einstellen, den wir dann auch direkt vor dem Gehege absetzen müssen. Also wir können die nicht direkt im Gehege platzieren, die Angestellten, sondern wir müssen die vor dem Gehege platzieren. Die laufen dann von selbst rein. Ist quasi auch wieder das Planet Coaster-System mit den Mitarbeitern. Die verhalten sich da ganz ähnlich. Genau, und dann holt er nämlich da ein Tool raus, nämlich so einen riesigen Staubsauger. Und damit saugt er dann so die Ködel ein. Das ist echt witzig gemacht eigentlich. Aber hier geht er gerade lustigerweise ins falsche Gehege. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade das andere Gehege als Priorität anerkannt, weil das mit dem Eingang näher dran war. Jetzt wahrscheinlich an der Stelle, wo ich ihn abgesetzt habe. Aber sonst funktioniert die Wegfindung eigentlich schon ganz gut bei den Angestellten, muss man sagen. Wie gesagt, an der Stelle nochmal der Hinweis, das Ganze hier ist ein Alpha-Gameplay. Also noch eine sehr frühe Version des Spiels und kleinere Bugs können natürlich auftreten. So, jetzt schauen wir nochmal zu den Gabelböcken rein. Und ah ja, okay, da ist eine Kollegin schon am Start. Alles klar, die reinigt hier schon die Ködel weg. Und hier sehen wir jetzt diese Vakuum-Reinigungsmaschine oder auch Staubsauger genannt. Sehr schön, wie da die Ködel eingesaugt werden. Das ist auch so ein Ding, das möchte ich gerne für zu Hause haben. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich für so Essensreste, die sich so ansammeln, wenn man gerade mal wieder ein bisschen mehr gegessen hat und ein bisschen was übrig gelassen hat und das nicht ewig erst wegschmeißen will oder so. Da holt man einfach mal schnell sein Vakuum-Reinigungsgerät und saugt das einfach mal so ein. Das wäre schon echt geil irgendwie. Und wenn da noch unliebsamer Besuch am Start ist, kann man den auf der höchsten Saugstufe dann auch gleich noch mit wegsaugen. Der absolute Wahnsinn. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Aber was ist das? Das Habitat ist immer noch nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen was tun beim Wohlbefinden. Müssen wir nämlich auch auf die Geländebeschaffenheit achten. Die Tiere interessieren sich nämlich schon dafür, über welches Gelände sie laufen. Das ist nicht einfach nur eine Textur, die schön aussieht, das Gelände, sondern das wirkt sich tatsächlich auf das Wohlbefinden der Tiere aus. Ihr seht, das ist wie in Planet Coaster auch das System. Wir können da verschiedene Texturen, also Geländeformen auswählen. Zum Beispiel langes Gras, kurzes Gras oder einfach nur Erde, Stein oder Sand oder auch Schnee. Und das können wir dann entsprechend im Gehege platzieren. Und das muss auch in entsprechenden Anteilen passieren. Also manche Tiere mögen ein bisschen mehr Gras, wollen aber gleichzeitig auch Stein und Sand in ihrem Gehege haben. Aber dann eben in ausreichenden Mengen. Ja, also das darf dann nicht zu viel von einer Sache sein und nicht zu wenig. Und da muss man so ein bisschen dann balancieren. Das finde ich eigentlich ganz spannend auch, weil man da natürlich ein bisschen mit diesem Gelände-Tool auch ein bisschen mehr arbeiten muss. Ja, damit die Tiere sich halt dann auch wohlfühlen in dem Gehege. Das ist nice, es ist nicht einfach nur eine Textur ist, das Gelände, sondern dass es sich wirklich auswirkt auf die Tiere. Und hier sehen wir jetzt die Tapire. Oh, sie sind so niedlich. Guckt sie euch an. Oh, sie fressen. Und die haben jetzt auch hier das Problem so ein bisschen, dass denen was fehlt. Und zwar bei Enrichment. Enrichment ist sozusagen die Bereicherung im Gehege. Das bedeutet, die Tiere finden ihr Gehege ein bisschen langweilig. Ja, die wollen da mehr Beschäftigungsmöglichkeiten in ihrem Gehege vorfinden, damit denen nicht so langweilig ist. Und damit es den Tapir nicht so langweilig ist, würde ich sagen, kümmern wir uns doch gleich mal um dieses Problem. Bei Enrichment gibt es dann entsprechend auch wieder zwei Unterkategorien. Zum einen Futter-Enrichment und auch Spielzeug-Enrichment. Das eine Spielzeug, das ist einfach nur die allgemeine Beschäftigungsmöglichkeit. Und Food-Enrichment ist quasi, wenn die Tiere, wie ich das schon vorher erklärt habe, bei den Bären, wenn die was tun müssen, um an ihr Futter zu kommen. Und wenn das nicht so langweilig ist, wenn sie da ein bisschen überlegen müssen und ein paar Aktionen durchführen müssen und das Futter nicht einfach nur ausliegt, so wie wir das jetzt hier bei den Tapiren haben. Wenn wir uns jetzt hier mal das Gehege angucken, das ist ja auch einfach schrecklich leer. Das ist einfach nur so eine riesige Sandfläche. Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen, dass die Tiere ein bisschen beschäftigt werden. Ich habe da jetzt schon mal ein Rubbing-Pad aufgebaut. Das ist quasi auch wie bei den Bären, so eine Art Schubber-Station. Da können die sich so ein bisschen dran rubbeln und können ein bisschen ihre Haut abstreifen und so. Das machen die ganz gerne. Das ist ein bisschen so wie so eine Massage für die Tiere auch. Und das finden die ganz angenehm. Wenn wir dann hier rechts gucken bei Enrichment, das Toy-Enrichment, haben wir jetzt dadurch schon auf 100% hochgekriegt. Jetzt brauchen wir noch Food-Enrichment. Und da habe ich jetzt hier mal so eine Art Wühlstelle, habe ich da aufgebaut. Da müssen die Tiere so ein bisschen im Dreck wühlen, um an ihr Essen zu kommen. Das ist gar nicht so schlecht für die Tapire. Das sind ja Bodentiere und die suchen ihr Futter halt vor allem in der Erde. Und deswegen passt das genau für die. Natürlich kann man im Baumenü, weil das halt sehr komplex ist mit vielen Elementen, wie in Planet Coaster ja auch, nach Spezies filtern. Das heißt, ich kann bestimmte Bauelemente für bestimmte Tiere zuordnen im Baumenü, damit ich schneller das richtige Bauelement finde. Zum Beispiel die richtigen Spielzeuge für die Tapire, damit ich da nicht ewig rumsuchen und rumprobieren muss. Das ist auch ganz cool, damit man da nicht so verloren ist. Und die Tapire, die fühlen sich jetzt wohl. Yay! Wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Der absolute Wahnsinn. Und jetzt sehen wir hier auch, der Ball ist gerade ins Wasser gerollt. Der Tapire hat den so ein bisschen ins Wasser geschubst. Man kann diese Einrichtungen auch resetten. Also insbesondere so bewegliche Physik, da haben wir den Ball, damit die wieder an ihrer Ursprungsstelle sind. Falls die mal irgendwie an eine Stelle geraten, wo die Tiere nicht hinkommen können. Das kann durchaus passieren. Im tiefen Wasser zum Beispiel kann der Tapire nicht ran, weil die nicht schwimmen. Und dann kann man den Ball wieder auf diese Station packen, wo wir den hingesetzt haben, gerade beim Bauen. Und das war sie auch schon, die erste Folge zum kleinen Angespieltausflug in Planet Zoo. Oh, was sehen wir denn da? Da sind Köttel in der Ecke. Die sind noch nicht weggesaugt worden. Hm. Sehen wir uns das doch mal ein bisschen von nahem an. Das ist doch ein schönes Schlussbild an der Stelle. Ich habe übrigens die Frage gestellt, ob Affen ihre Fäkalien werfen. Und leider tun sie das nicht. Das ist eindeutig ein Negativpunkt an der Stelle. Vielleicht wird es ja noch nachgereicht, man weiß es nicht. Was auf jeden Fall nachgereicht wird, ist die zweite Folge zu diesem kleinen Angespiel-Special. Das wird auf jeden Fall noch kommen. An der Stelle ist jetzt aber diese Folge erstmal zu Ende. Seid beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat oder einen Daumen nach oben dalassen. Auf jeden Fall auch die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr beim nächsten Video auch eine Benachrichtigung bekommt und das nicht verpasst. Ihr könnt auch gerne in die anderen Videos reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Planet Zoo. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.